Ach, Gerle, raff dich, red langsam, jagt dich doch keiner. Okay, servus und herzlich willkommen zum ersten Teil von Custom-Kopfhörerkabel von Audioverse.de. Noch kurz drei Infos, bevor wir zum eigentlichen Teil des Videos kommen. Punkt Nummer 1, Video wird recht lang, es gibt verschiedene Bereiche. Könnt ihr also gerne die vor kurzem erst von YouTube eingeführten Chapter-Marker nutzen. Punkt Nummer 2, ihr könnt das Video gerne als Werbung sehen. Mach ich zwar nicht, weil normalerweise wird man für die bezahlt und wirkt professionell. Beides hier nicht wirklich der Fall. Und auch nicht wirklich der Fall ist Punkt 3, Kabelklang. Ich glaube nur bedingt dran, also da geht es mir jetzt weniger drum. Denn was für mich momentan gerade sehr, sehr interessant ist, ist eben das ganze Thema Custom-Kabel, weil ich mich in den letzten paar Videos mit ein paar Leuten darüber unterhalten habe. Und dort wurde eben Audioverse genannt. Ich habe mir die Seite dann mal genauer angesehen und dort eben entdeckt, dass die diese Kopfhörerkabel im Schnürsenkel-Stil anbieten. Und von denen bin ich schon seit ich das erste Mal auf Audiovista letztes Jahr gesehen habe, absolut begeistert, weil es ist halt schön, wenn man so ein sehr, sehr flexibles, eben auf genau so eine Länge angepasstes Kabel mit eben genau der Konfiguration angepasstes Kabel hat. Und bei einem schönen Kopfhörer kann man sich diesen Luxus, denke ich mal, schon mal leisten. Und ja, der Zufall sollte es sein, weil die Welt so klein ist. Der Stand eben auf der Audiovista wurde betrieben von Tobias, der auch der Betreiber ist von Audioverse.de. Ein netter Zufall. Den habe ich dann übrigens auch angeschrieben und eben gesagt, dass ich persönlich Probleme bei dem ganzen Konfigurator eben mir das alles besser zu veranschaulichen und habe gefragt, ob er mir nicht ein paar Samples schicken kann, damit ich euch das mal in Videoform zeigen kann, damit ich euch auch was zu den Steckern sagen kann und so weiter, dass ihr eben für euch die bessere Wahl treffen könnt. Das wird es heute in Teil 1 geben. In Teil 2, da zeige ich euch dann genau, was für ein Kabel ich mir zusammen abstellen lasse und sage da noch ein bisschen was dazu. Aber heute, wie schon gesagt, kommen wir erstmal zu dem Konfigurator und zu den ganzen Möglichkeiten und zu den ganzen Steckern und so weiter. Wobei ich nicht alle da war, aber ja, die beliebtesten. So, bei den Kopfhörerkabeln gibt es sechs, aber eigentlich vier Serien. Es gibt einmal die Premium Series Y-Split. Das ist die teuerste, flexibelste eben auch. Preis seht ihr schon, gibt es dann eben mit der Stealth Series ein bisschen günstigere, vielleicht nicht ganz so flexibles Kabel. Allerdings sind die farblich eben fix. Bei zum Beispiel der Basic Series, und da gibt es dann jeweils auch als Verlängerung die Variante oder als Y-Variante, habt ihr eben nur Bedingtfarben. Also ihr seht, zwei, vier, sechs, acht an der Zahl. Da seid ihr ein bisschen limitierter. Und deswegen geht es auch heute in erster Linie um eben die konfigurierbarste, die EP1C-Serie. Denn hier könnt ihr nicht nur Länge, sondern eben Farbe, Flechtseh, Kopfhöreranschluss, Splitter und Verstärkeranschluss auswählen. Das Ganze gehen wir gleich nachher noch durch. Jetzt noch kurz noch zu den Steckern. Also bei den sechs Dreiern gibt es sieben an der Zahl. Ich habe sechs davon da, die ich euch zeigen kann. Bei den drei Fünfern gibt es elf an der Zahl, da habe ich sieben da. Ja, und von den neun erhältlichen zwei Fünfern habe ich auch nochmal sechs da. Aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt Splitter, die habe ich jetzt nicht. Deswegen müsst ihr euch das einfach mal selbst am besten auf der Seite ansehen. Dann die XLR habe ich nicht, weil ich so einen passenden Kopfhörer sowieso nicht habe. Da gibt es einen riesen Haufen ausfallen. Ja, also ihr seht schon, der Konfigurator wird komplex. Und dann gibt es aber auch noch vier Vierer, wie ihr schon sehen könnt. Und, falls euch das nicht reicht, gibt es da noch eine Handvoll. Ja, eine Handvoll ist eine schöne Untertreibung. Sogar noch mit zwei Seiten gibt es dann die ganzen Spezialstecker, falls ihr ein Sennheiser habt oder sonstiges. Gucken wir uns jetzt allerdings mal den Konfigurator an. Also, Länge könnt ihr von einem Meter bis vier Meter frei konfigurieren. Ihr seht ja immer die Abstände, wird halt ein bisschen teurer. Dann Farbe. Und jetzt könnt ihr eben vier Farben aussuchen. Und bei drei steht ja dran, müsst ihr die dominante Farbe aussuchen, damit ihr wisst, welche zweimal verwendet wird. Da seht ihr schon die ganz mögliche Farbe. Ihr habt ein paar Varianten, auch ein paar Samples da. Die zeige ich euch dann. Flechtstil. Also ihr seht schon diesen, der überkreuzt ist. Und dann gibt es auch einen Geraden. Dann gibt es Kopfhöreranschluss. Also das sind die ganzen Stecker, die ich euch gleich noch zeigen werde. Zumindest einen großen Teil. Die Splitter. Und dann das Ganze eben auch noch für den Verstärkeranschluss. Also das wäre es im Prinzip schon gewesen. Möchte ich euch jetzt das Ganze eben mal zeigen. Was ich da habe, sind ein paar Samples, damit ihr mal die Flechtstile sehen könnt. Auch die Farben und so weiter. Dann gibt es noch die drei Fünfer, zu denen wir gleich noch kommen. Und die zwei Fünfer. So. Kommen wir zu den 6.3. Und damit ihr euch das jetzt eben ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich jetzt zum Beispiel hier einen Verstärker. Und persönlich, gerade bei so einem 6.3, ist für mich wichtig, dass ich da viel Grifffläche habe. Dass ich da nicht irgendwie, gerade wenn jetzt so der Lautstärkeregler weiter rausschaut, ich da irgendwie blöd drum herum greifen muss. Deswegen ist mir ein langer relativ recht. So. Fangen wir mal an mit dem HiCon. Das ist jetzt der Einzige hier, der einen 3.5er hat. Mit allerdings einem fest verschraubbaren 6.3er. Stecken wir mal rein. Also, gefällt mir recht gut, weil ihr habt noch genug zum Greifen. Es ist ein bisschen dünn, aber lang genug. Und ihr habt halt die Möglichkeit, ihn als 3.5er zu nutzen. Am besten guckt ihr jetzt einfach parallel vielleicht auf der Website, damit ihr die ganzen Preise wisst. Also der ist noch relativ günstig. Die ganzen anderen sind günstig. Der Einzige, der ein bisschen teurer ist. Oder die zwei hier von Furutec. Die anderen sind dann deutlich günstiger. Und zum Beispiel gibt es dann hier einmal den von Neutrik, wie ihr schon sehen könnt. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Denn ihr habt hier relativ viel, wo ihr dran greifen könnt. Also zusätzlich dann auch noch. Der ist jetzt gerade nicht festgeschraubt. Deswegen wackelst du ein bisschen. So. Hat er hier auch noch eine Zugentlastung. Ihr habt genug Platz zum Ziehen. Also der wirkt gut. Kann man nichts sagen. Der ist halt ein bisschen klobiger. Vielleicht nicht ganz so edel. Gibt es da noch den von Viablu. Der kostet so knappe 9 Euro. Finde ich ein bisschen zu klein. Und ich finde ihn auch irgendwie ein bisschen klobig. Also die gefallen mir jetzt optisch nicht ganz so. Sahen zwar auf den Fotos schön aus, aber sind persönlich nicht ganz so. Mein Ding wirkt irgendwie auch nicht ganz so. Welcher mir dann allerdings wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist der hier von Reen. Denn wirkt sehr, sehr hochwertig. Solide. Ihr habt schön was zum Großdrangreifen mit einer Riffelung. Also das ist für mich der Favorit, wenn es um bezahlbar geht. Denn der kostet glaube ich nur 1-2 Euro extra. Wo zum Beispiel gerade die Furutex ein gutes Stückchen mehr kosten. Der aber hier auch wirkt ein gutes Stückchen schwerer. Also wenn ihr was super solides haben wollt mit irgendeinem Zugentlastung und so weiter. Dann seid ihr hier genau richtig. Und ansonsten mein Favorit einfach allerdings auch relativ teuer ist der von Furutex hier. Sieht schön aus. Ihr habt genug zum Drangreifen. Wirkt solide, schön verarbeitet. Also das ist so mein persönlicher Favorit. So, jetzt kommen wir zu den 3 Fünfern, wenn ich die richtigen gegriffen habe. Und das zeige ich euch hier mal an dem Fio. So. Sind das die 3 Fünfer? Ne, das sind 2 Fünfer. Ja. Kommen wir kurz zu den 3 Fünfern zuerst. Und die zeige ich euch auch gleich an dem Kopfhörer, weil ich eben den aneinander da habe. Ah, also wir hätten hier auch einmal Via Blue. Das ist allerdings jetzt der große. Also seht schon, da ist so ein kleiner Absatz. Wirkt ansonsten aber okay. Finde ich halt ein bisschen klobig. Sind irgendwie nicht so mein Ding. Die sahen auf Fotos deutlich schön aus. Dann gibt es die kleine Variante. Die könnt ihr dann allerdings auch noch für die Kopfhörer nutzen. Das zeige ich dann gleich. Deswegen tue ich die mal kurz zur Seite. Dann gibt es noch den von Furutec. Ups. Das ist ein 2 Fünfer. Wie ist denn der da hergekommen? Ja. Ja. Okay. Weiter geht es. Hier der hier. Der ist gar nicht mal so teuer, wie er aussieht. Obwohl der ist von Furutec. Dann ist er nicht günstig. Ja. Der wirkt auch schön. Guter Griff. Kleiner Absatz. Schön. Dann gibt es auch noch einen gewinkelten. Der ist jetzt noch. Ihr seht es vielleicht ein bisschen locker. Aber das ist, weil er halt noch nicht konfiguriert und fest ist. Aber auch der, falls ihr eben gewinkelt haben wollt, macht einen guten Job. Dann gibt es noch den ganz normalen hier von Rhin auch wieder. Wirkt auch solide. Also die gefallen mir dafür, dass sie fast nichts kosten. Sehr, sehr gut. Und dann gibt es eben noch die gleiche Variante. Einmal in Mono und in Stereo. Je nachdem, was ihr das braucht. Und das möchte ich euch noch kurz mal an einem Kopfhörer zeigen. Und ich lasse mal als Referenz. Jetzt einfach mal das Originale dran. Auf der rechten Seite. Denn der ist schon, das muss ich einfach so erwähnen, ein sehr, sehr kleiner. Denn als ich zum Beispiel noch die Cardass-Kabel von Hi-Fi-Man selbst bekommen hatte, da waren die Anstecker noch deutlich größer. Und das kann dann schon teilweise in der Schulter ein bisschen stören und so weiter. Ich gehe jetzt eigentlich nur auf die ein, die Sinn machen bei den Kleinen. Und zwar wäre das einmal, ist das jetzt ein 3-5-1? Das ist keiner. Das ist der 3-5-1. So, den habe ich gemeint. Und den würde ich wahrscheinlich nehmen, weil der ist jetzt nicht die Welt größer als der Originale. Der allerdings schon einer der kleinsten ist. Also seht ihr, so 2-3 Millimeter ist der noch länger. Weil die meisten anderen sind noch deutlich länger. Also zum Beispiel, da wäre sowas natürlich total overkill. Sieht auch komisch aus. Aber könnt ihr natürlich nehmen. Aber der VIA Blue ist wahrscheinlich einer, der an sehr, sehr viele Leute nehmen würden. Denn der wirkt vielleicht ein bisschen edler. Ist allerdings halt Geschmackssache. Und der ist auch nur vielleicht einen Millimeter länger eingesteckt. Ihr seht es vielleicht als jetzt eben der kleinste. Aber ich finde, der ist am dezentesten, am unauffälligsten. Sieht ganz gut aus. Ist hochwertig. Kostet fast nichts. Aber ansonsten gäbe es halt noch alternativ den. Ihr könntet auch auf eine Art vielleicht auch den nehmen. Wenn der allerdings so bleibt. Aber der wird sich halt verdrehen. Natürlich gibt es dann auch noch die anderen als Möglichkeit. Ist alles euch überlassen. So. Und jetzt kommen wir zu den Zweifeln von. Die mal zur Seite. So. Wir hätten hier einmal den. Also ihr erkennt es ja jeweils auf den Fotos. Auf dem Konfigurator. Dann müsst ihr auch nicht unbedingt jetzt hier auf den Preis drauf achten. So. Zweifeln ist hier. Kleiner Absatz. Fühlt sich gut an. Sieht gut aus. Greift sich gut. Also der gefällt mir auf jeden Fall. Dann gibt es noch einmal hier. Auch einen mit Winkelanschluss. Auch der fühlt sich sehr, sehr gut an. Der sieht halt auch nahezu aus wie zum Beispiel der Originale. Allerdings sogar ein bisschen hochwertiger. Vielleicht ist es aber auch der klitzegleiche. Wie jetzt bei dem Ananda selber. Auch zum Beispiel Monoprice nutzt diese hier. Sind recht beliebt. Dann gibt es noch einen. Der mir jetzt persönlich nicht ganz so gut gefällt. Weil hier der Absatz einfach ein bisschen zu lang ist. Also da habe ich ein bisschen Angst, dass das vielleicht knicken könnte. Dann gibt es noch den Furutec. Der Absatz hier ist eigentlich relativ üblich. Der wirkt auch wieder schön so robust. Wie halt eben auch der 6.3er. Ist halt aber auch ein bisschen teurer. Dann gibt es hier den. Den finde ich allerdings ein bisschen auf der günstigen Seite. Das ist der einzige Stecker von allen hier. Der ein bisschen irgendwie hohl wirkt. Also der wirkt nicht ganz so hochwertig. Aber er steckt sauber ein. Und er tut auf jeden Fall seinen Job. Mein Favorit hier ist der hier. Der kostet auch glaube ich nur 8 bis 9 Euro extra. Warum er mir gefällt ist. Weil der im Prinzip plan anliegt. Also da kann am wenigsten irgendwas Dummes passieren. Er nimmt halt auch am wenigsten Platz ein. Und wenn ihr den jetzt zum Beispiel an irgendeinem anderen Gerät noch nutzen wollt. Wie jetzt zum Beispiel so ein BTR5. Also der passt hier immer noch. Obwohl der hier diese Plastik hat. Die anderen haben halt den Vorteil. Dass wenn hier eure Abdeckung sehr sehr nah dran ist. Dass da immer noch ein bisschen Luft wäre. Bei dem hier allerdings reicht das immer noch. Und ich finde der sieht erstens gut aus. Und fühlt sich gut an. So und jetzt kommen wir zu den Flechtungen. Die packt jetzt mal alle aus. Allerdings lasse ich die Zettel da. Damit wir auch später wissen was was ist. Also hier hätten wir mal einen. Ich zeige dir euch noch alle ein bisschen näher. Damit ihr die bisschen besser betranken könnt. Weil gerade bei den Farben gibt es ein paar feine Unterschiede. Die man sonst vielleicht eben nicht sehen würde. Definitiv nicht auf den Fotos, die bei dem Konfigurator sind. Ist mir einfach so aufgefallen. Gerade zum Beispiel bei Black und Carbon Black. So. Und wie gesagt. Das ist jetzt nur eine kleine Sample Size. Habt ihr gesehen. 24 gibt es. Und das mit den ganzen Möglichkeiten. Da habt ihr natürlich nahezu unendlich Varianten. Wenn einer will. Kann er ja das gerne mal ausrechnen. Wie viele das sind. Also es gibt einmal zum Beispiel hier. Also das Ganze funktioniert so. Ihr habt immer vier Flechtstränge. Also vier. Wenn es das Ganze ist. Und nach dem Splitter. Dann werden es eben 2, 2. Deswegen seht ihr auch hier. Das Ganze ergibt immer vier in Summe. Ich hoffe mal das Licht spiegelt jetzt nicht zu sehr. Hier hätten wir zum Beispiel 2 mal Acid Purple. Und 2 mal Black. So gut, dass der Fokus jetzt hinbekommt. Also ihr seht. Das ist jetzt die Flechtung, die ihr sehen könnt. Die auch gerade verläuft. Es gibt ja die Übercrossed. Sehr, sehr schön. Kabel ist jetzt natürlich nicht das gleiche. Weil hier noch kein Kopfhörerkabel drin ist. Aber die sind sehr, sehr schön flexibel. Das ist immer eine coole Sache. Dann gibt es hier 2 mal Silver Grey. Und 2 mal Cherokee Grey. Also ihr seht auch das. Finde ich sehr, sehr schön. Gerade das Silver Grey. Also es sieht jetzt vielleicht in Live oder auf dem Video ein bisschen weißer aus. Aber da ist so ein bisschen Silber drin. Auch das. Das ist jetzt zum Beispiel über Kreuz. Sehr, sehr schön. Eins, das mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt ist. Einmal Orange, einmal Silver Grey, einmal Cherokee Grey und einmal Electric Blue. Sehr, sehr coole Sache. Gerade das Orange. Das Orange wirkt auch, falls ihr das jetzt im Video seht, sehr, sehr schön kräftig. Da hatte ich ein bisschen Angst auf dem Foto, dass das nicht leuchtet. Das sieht sehr, sehr schön aus. Auch eine schöne Kombo. Aber eben auch gerade mit Vierfachverflechtung mit eben vier verschiedenen Farben. Dann gibt es noch hier eine mit drei. Das wäre einmal Walnut Brown, Imperial Red und Sunburst doppelt. Und das seht ihr jetzt vielleicht erst ein bisschen genauer, wenn ich es euch erkläre. Also ihr habt ja das ganz normale rote Kabel. Die sehen ein bisschen blasser aus, zumindest gerade bei mir auf dem Video, als in echt. Und dann habt ihr eben noch das Rote mit diesen weißen Punkten oder mit diesen Strichen. Und dann eben noch Braun. Also gerade das Rote mit diesen Gelben gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch noch eins. Midnight Blue, Electric Blue und zweimal Fin Blue Line. Also, Midnight Blue ist dieses dunkle Blau hier, das fast aussieht wie schwarz. Also das hier. Dann gibt es noch das eben, das, was ist das andere? Electric Blue. Das ist eben das hellere Blaue. Und dann gibt es Blue Fin Line. Das ist im Prinzip ein schwarzes. Und ich hoffe, ihr mal sehen könnt, mit so ein paar eben blauen Akzenten, so wie vorhin eben die gelben bei dem waren. Und was ich mir jetzt vorgestellt habe, farblich, ich werde wahrscheinlich machen, also Vierfachsplittung mit zweimal schwarz, einmal orange und einmal grün. Jetzt fällt mir auf, ja, ich habe doch eins glatt vergessen. Das ist zur Seite gerutscht. Und zwar wusste ich doch, dass ich das Grün auch da habe, weil mir Grün besonders gut gefällt. Also hier hätten wir die Kombination mit Imperial Red, Ultra Neon Black und Carbon Black. Also ihr seht schon, und da will ich eben anstatt Rot noch Orange haben. Dann habe ich eine knallige Kombo, die dann endet in schwarz-orange und schwarz-grün. Allerdings wollte ich noch was kurz zu dem Carbon erwähnen. Also ihr seht ja hier normales Black und hier Carbon Black. Und das ist jetzt auf dem Foto wahrscheinlich nicht erkennbar und ich hoffe mal, da klappt das Video. Wenn ihr mal genau guckt, seht ihr, dass die Flechtung, ich hoffe mal, das sieht man, von Carbon Black, das ist das obere hier, ein bisschen feiner ist. Also ihr seht, die Struktur bei dem Grün, die ist ein bisschen grober. Also deswegen werde ich persönlich wegbleiben von Carbon, weil ich gerne die Textur bei allen gleich hätte. Weil das Schwarz hat dann wieder die gleiche Textur oder die Flechtung wie die anderen. Das ist ein bisschen feiner. Wenn ihr das allerdings wollt, eine schöne Farbkombination. Und wie gesagt, da könnt ihr dann alles zusammenbasteln, wie ihr wollt. Ich sage euch jetzt noch nicht, welche Endkombo ich genommen habe, welche verschiedenen Längen. Denn was ich vorhabe, sind zwei Kabel. Einmal ein bisschen längeres, das ich hier in meinem Desktop nutzen kann mit 6,3. Mit dem Furutec, der gefällt mir besonders gut, wenn das klappt. Und dann noch eine kurze Version, also für einen mobilen Einsatz. Und die allerdings mit dem 2,5er Balance. Die kann ich dann zum Beispiel an meinem ES100 nutzen oder an meinem X-CAN. Und dann habe ich dann gleich auch automatisch mehr Power dadurch. Und ein kurzes und langes, coole Sache. Und was mir zum Beispiel gerade bei den Hyperman-Kabeln aufgefallen ist, wenn man die eben eingesteckt hat und eben so leicht twistet, dann hört man die über die Membranen übertragen. Zwei Leute, die ich kenne, sagten, die hören da nichts. Mein Bruder als Direktgehörter fand es auch nervig. Mit diesen Custom-Kabeln habt ihr das Problem nicht. Ihr habt die Preise gesehen, also ihr könnt mal so rechnen. Wenn wir einfach noch mal kurz auf die Seite gehen, gehen wir mal ganz kurz durch so einen Konfigurator durch, damit ihr mal einen groben Überblick habt, was das kosten würde. Also gehen wir mal aus von, ihr wollt ein bisschen längeres Kabel, nehmen wir 1,80 Meter. Farbe nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Black, dann Ultra Neon Green und Orange. Dann müsste ich jetzt halt angeben, welche die dominante Farbe ist und so weiter. Flash Steel nehmen wir mal B. Bei den Anschlüssen nehme ich jetzt mal Neutri Green. Für Hyperman eben. Wie schon gesagt, dann habt ihr eben die Möglichkeit auch zwischen XLR und so weiter auszusuchen. Findet ihr auf jeden Fall was passendes. Splitter würde ich Braided nehmen, weil die verdrehen einfach nicht so. Bei diesen Runden hatte ich öfter mal das Problem, zumindest bei den Standard-Kopfhörern, Kabeln, die sonst dabei sind. Verstärkeranschluss nehmen wir dann. Nehmen wir mal zum Beispiel. Der Furutec ist jetzt ein bisschen teuer, ein bisschen schlecht. Zum Beispiel nehmen wir mal den Via Blue. Ich glaube, der wird von einigen recht beliebt sein. Oder ja, nehmen wir einfach mal den. Und dann liegen wir preislich bei, ja, ihr seht die Auswahl. Da liegen wir so bei knapp 84 Euro. Also das ist natürlich alles optional, je nachdem wie lang es haben wollt, welche Anschlüsse ihr haben wollt, falls ihr schönere Stecker haben wollt und so weiter und so fort. Denn ihr seht ja schon, 60 Euro wäre es sonst als Standard gewesen. Zum Beispiel gerade bei den Basics könnte das Ganze natürlich noch deutlich billiger haben, denn da ist auch die Farbe dann begrenzt. Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel mal gucken, machen wir da mal 1,80 Meter. Farbe nehmen wir jetzt mal Acid Purple, das mir besonders gut gefällt. Kopfhöreranschluss, sagen wir mal Mono, ein ganz normaler. Splitter nehmen wir diesmal mal einfach einen dazu. Verstärkeranschluss, nehmen wir mal, das nehmen wir. Ja, der Neutrik, der hat mir recht gut gefallen. Aber nicht der, doch der 6,3er passt. So, und dann liegen wir bei, da ist nicht viel dazugekommen, bei eben, ja, 49 Euro. Und wie gesagt, ihr könnt es natürlich billiger machen. Ihr habt ja gesehen, das fängt bei 38 an. Schöne Sache, oder? Ja. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und ich weiß ja schon ein paar, weil sie es mir ja empfohlen haben, die Seite müssen begeistert von den Dingern. Also ich finde die Idee halt cool, dass man halt wirklich so schön konfigurieren kann. Und gerade wenn man jetzt bei den minimalsten Sachen bleibt, ist es auch absolut bezahlbar. Das kriegt man auch, wenn man selber macht, nicht wirklich groß billiger. Finde ich eine coole Sache. In Teil 2 werde ich euch dann eben wissen lassen, wie das Ganze fertig konfiguriert aussieht, wie flexibel es ist, ob ich klanglich was bemerke. Oder ob es einfach ein schöner Luxus ist, den man sich bei einem besseren Kopfhörer eben leisten kann. Lasst mich in den Kommentaren dann auch wissen, falls ihr vielleicht noch woanders irgendwelche her habt oder welche Methoden ihr besser findet. Ob ihr vielleicht das noch mehr zahlen würdet, vielleicht für die High-End-Varianten oder ob euch gerade eben die Farbeauswahl gefällt. Denn ich muss sagen, ich würde echt auf diese besseren Kabel verzichten, gerade für diese Farbeauswahl. Also das ist halt was, was man standardmäßig nicht mitbekommt. Ja, das soll es gewesen sein für Teil 1. Und ja, Kommentare, Likes und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.